hallo mein lieben es wurde ja gesagt dass im oktober und september mützen und schals gibt den termin kann ich leider so wie es aussieht nicht halten weil ich mich wieder mal von einer firma veräppeln lassen habe man hat viel versprochen viel palavra gemacht gut thema durch ich werde euch noch mal hier oben drei vier videos einfügen auch was die einkaufswagen chips gibt oder angeht da wird jetzt einer meiner freunde die fertigstellen ja neue fanartikel sind halt von habt ihr gesehen wie gesagt schaut euch die alten videos an neue videos werden gedreht wenn es dann neue ideen oder neue informationen gibt wie gesagt tut mir leid ich kann es nicht ändern aber danke ja 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 ja